Ich muss Ihnen mal was sagen, so wie Sie daneben mir liegen. So wie Sie daneben mir liegen, muss ich Ihnen gerade mal was sagen. Ja, bitte. Als die mir vom Reisebüro gesagt haben, es wäre nur noch ein Zimmer in Tunis frei. Und das müsste ich allerdings mit jemandem teilen. Ich dachte, hoffentlich geht es gut, habe ich mir gedacht. Hoffentlich geht es gut, ne? Aber mit Ihnen, also mit Ihnen habe ich ja da richtig Glück gehabt. Weck nicht, habe ich ja richtig Glück gehabt mit Ihnen. Das freut mich. Gute Nacht dann, schlafen Sie gut. Ja, ebenfalls. Gute Nacht, schlafen Sie gut. Ach, die Bett ist nach gut, ne? Habe ich da Glück gehabt mit Ihnen. Ja, ja, ja. Da ein Glück gehabt mit Ihnen. Ich bin es la